René, schläfst du etwa schon? Ich bin echt neidisch, wie schnell du immer einschlafen kannst, Schatz. René, hast du das gehört? Was kann das sein? Was soll denn das? Warum machst du das Licht an? Da war etwas. Ich war schon am Schlafen. Irgendwas hat geknistert. Bei mir knistert heute gar nichts mehr. Du hast mich aus den schönsten Träumen gerissen. Tut mir ja leid, aber ich habe es deutlich gehört. Das hier war es. Das Zellophanpapier des Blumenstraußes. Na also, dann können wir ja wieder weiterschlafen. Das knistert doch nicht einfach so, René. Vielleicht haben wir ja Mäuse. Oh, wer? Ich muss Fräulein Smiller noch genau instruieren, was Katzen und Ratten angeht. Wir sehen morgen nach, per Tageslicht. Also gut. Und jetzt kommen wir wieder ins Bett. Was man so Bett nennt. Hauptsache, es ist kuschelig warm. Schlaf schön, mein Bäuschen. Schlaf schön, mein Bäuschen. Schlaf schön, mein Bäuschen. Schlaf schön, mein Bäuschen. Vielen Dank.